Wasserspeicherung ist sehr, sehr wichtig, weil es wird immer weniger Wasser geben. Die Zeiten zwischen den Regenperioden werden immer größer werden. Wir haben gerade in eine neue Sisterne investiert, wo wir dann siebenmal so viel Wasser speichern können. Wir als Landwirte, Gärtner, aber auch als Gesellschaft sollten mehr Rücksicht nehmen, über wie wir mit Wasser umgehen. Wir sind hier in Deutschland eigentlich sehr verwöhnt. Es gab immer Wasser, wenn man das gebraucht hat, aber es wird immer weniger Wasser geben und wir müssen schauen, dass wir damit besser umgehen können.